Schau dir all die versteinerte Asposa an, ist das nicht traurig? Alles Flötenhasen. Aha. Okay, ein Windbrunnen. Ach, wir sind jetzt im Windbrunnen drin. Interessant. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. All diese versteinerten Asposa haben die gleiche Nase wie ich. Ich frage mich, was das zu tun hat. Nein, die gleiche Stimme nicht. Der hier hat ja so eine... ...dass die Antwort alles nur noch schlimmer machen würde. Der Kollege hat ja so eine Krummer. Manche haben ja auch so eine nach vorn sich öffnende. Der hat ja auch eine ganz heftige... Die haben nicht alle die gleiche versteinerte. Ein versteinerte Asposa. Hey, er hat genau die gleiche Nase wie ich. Und die gleichen Augen. Wer er wohl war? Hm. Versteinerte. Sehr schön. Nein, er ist viel zu kaputt. Wenn ich ihn anfasse, fällt er noch auseinander. Da können wir nichts mitmachen. Kristalle. Das kann ich nicht verwenden. Was für schöne Kristalle. Es wäre sehr schade, wenn ihnen etwas zustoßen würde. Was für schöne Kristalle. Es wäre sehr schade, wenn ihnen etwas zustoßen würde. Und vermute man, denen wird bald noch was zustoßen. Eine leere Schale. Können wir eine leere Schale vielleicht was reintun gleich. Seltsames Gebilde. War es das, was Lauras Vater meinte? Das sieht fast aus wie die Skizze im Empfang. Aha. Ja. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Hier waren das nochmal. Hier. Achso mit. Und vier war das. Halt doch die Schnauze. Aufhören. Ich ertrage. Da werde ich das schon verspielen oder was. Aufhören. Ich ertrage. Es scheint doch schon das Richtige zu sein. Letzte Not war ja die Vier. Ruhe. Wir müssen aber derzeit drücken. Aufhören. Was ist denn los? Steve macht Ärger. Der sagenumwobene vierte Brunnen. Er ist genauso versiegt wie die anderen. Aha. Und mit Laura noch reden. Hey, Laura. Hast du gesehen, wie vorhin die Pforte aufgegangen ist, als ich auf meiner Nase gespielt habe? Wir müssen todsicher irgendwas wieder spielen. Wir müssen hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Noten müssen wir spielen, damit wir hier raus sind, wie die heißen. Damit wir die Noten, was für Noten hier spielen müssen. Dann müssen wir damit hier, dann können wir das bestimmt auch aktivieren. Ich wusste gar nicht, dass ich mit meiner Nase Türen öffnen kann. Ich habe sowas noch nie gesehen. Beeindruckt. Du bist wirklich etwas Besonderes für die Nase. Ah, okay. Was hat dein Vater mit der Zeichnung gemeint, die im Empfang hängt? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht wie irgendeine seiner Erfindungen aus. Aber was wollte er uns damit sagen? Wenn ich das wüsste, würden wir hier nicht dumm rumstehen. Wir müssen auf jeden Fall den Kollegen hier loswerden. Weil der hier die ganze Zeit... Staffen, die dürfen das nicht. Lässt uns auf jeden Fall hier nicht spielen. Das ist eine gute Idee. Ablenken. Kannst du Steve ablenken? Ich meine Pete. Du weißt schon. Na fein, ich versuch's. Hallo, kann ich mit Ihnen reden? Ah, es geht bestimmt um die Kekse, oder? Naja, eigentlich... Die Geschichte der Kekse ist eine Geschichte voller Missverständnisse. So zum Beispiel... Danke, es reicht. Das war ja nicht so gut. Ähm... Möchtest du Pilze, die taub machen? Hier, nimm das als Ohrstöpsel. Vielleicht hilft das ja gegen Steves Gequatsche. Ein Versuch wär's wert. Hörst mir Glück. Viel Glück? Hörst du noch was? Was hast du gerade gesagt? Wow, deine Stimme ist wunderschön, wenn du rumbrüllst. Alles klar, du darfst mich vollquatschen. Also, die Geschichte der Kekse... Das können wir bestimmt jetzt... Quetzflöten. Aha. Spannend. Ja. Erzähl mir mehr davon. Hier, ich habe Ringe. Anschauen, flöten. Dann ist er abgelenkt und... Aber wir wissen das Lied nicht. Aufhören! Ich ertrage das! Okay, ich glaube, die Ablehnung hat super geklappt. Ich würde sagen... Butterkeks. Hast du gut abgelenkt? Echt? Können wir die vielleicht irgendwie, ähm... Laura lenkt ihn doch gerade ab. Warum sollte ich sie jetzt stören? Laura lenkt... Warum sollte... Ja, man ist nicht abgelenkt genug. Es ist verdammt. Okay, das klappt natürlich instant. Was zum... Was machst du denn hier? Und wer, äh... Passt auf den Empfang auf? Na, geh schnell zum Empfang rüber. Laura lenkt ihn... Warum soll... Ach, Mensch. Wenn wir jetzt hier rausgehen... Sind wir allein im Innenhof. Haben wir es verkauft, oder was? Das können wir nie wieder spielen, weil wir hier. Laura, aufhören. Danke, Laura. Das sollte reichen. Vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr uninteressant. So. Ähm, ich glaube, ich logge den erst mal in Empfang, oder... Irgendwie nach draußen. Oder befrage den erst mal zu den... Sachen, die ich hier kenne. Ich bin hier groß geworden. Im Gegensatz zu dir, mein Junge. Ich bin in einem Palast aufgewachsen. In Conroy's Palast. Das war ein falsche Palast. Weil jetzt was da drin ist, können wir den befragen. Genau, das ist... Das hätten wir vorher nicht gekonnt. Dieser Ort hier? Interessant. Ja, der werden alte Erinnerungen wach, nicht wahr? Wisst ihr, wofür diese Linge da sind? Sagen wir was zum Lingen. Natürlich. Bis vor 15 Jahren habe ich sie regelmäßig poliert. Vielleicht ist er jetzt sogar abgelenkt. Können wir noch mal versuchen. Mittlerweile sind sie vollkommen nutzlos. Wir können es noch mal versuchen. Vielleicht... Gar nichts mehr. Da er jetzt der andere ist. Weil niemand mehr da ist, der weiß, was er können sollte. Können wir mal versuchen. Wisst ihr, wer diese Leute sind? Aber sicher. Neben dem Brunnen steht Okario Boe II. Das Oberhaupt der Dynastie. Daneben sollte eigentlich seine Frau Durea stehen. Die Dynastie. Vielleicht ist sie gerade einkaufen gegangen. Des Weiteren sind ihr Tritonus. Und da hinten stehen Phiseme, Septori und Molly. Und ganz unten ist das alte Quartett. Rund um Violinus, Dizime, Piccolo und Sonata. Aha. Waren das ihre Namen? Melodische Namen. Also bitte, das sind noch immer ihre Namen. Hey Pete, du hast vorhin doch so ein Lied angestimmt. Ähm, fällt dir vielleicht ein, wie es weitergeht? Das wäre gut. Ja, wenn du hier bin, werden Erinnerungen wachen. Mal sehen. Okay, das ist gut. Das sind die ersten beiden Noten. Und da fehlt noch was in der Mitte. Aber der Teil in der Mitte fällt mir nicht mehr ein. Allerdings. Wie war der noch? Hey, nicht singen! Ja, ja. Die Melodie dazwischen fehlt einfach. Wie war das noch? Ah, ich brauche frische Luft. Glaubst du, dann fällt dir der Rest wieder ein? Aber sicher. Ich kenne mich selbst wie meine Westentasche. Ich weiß, der Rest würde mir dann wieder einfallen. Aber hier ist ein, wir haben hier, Sekunde, wir haben hier, Kristallschlitter. Können wir damit irgendwas machen? Zutat für die Kekse vielleicht oder so. Also jetzt können wir alleine zum Hinterhof gehen vielleicht? Ach, verdammt. Die ist wieder verschlossen, oder was? Die Tür war fest verschlossen. Äh. Haben Sie... Irgendwelche Fragen? Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn einen goldenen... Ja, bist du denn komplett vergisslich. Bitte folgen Sie mir. Okay, wir müssen vielleicht... Ich muss sie ihn mal ablenken. Sekunde, dann können wir alleine los. Wir können den Empfang leer räumen. Na ja, mit den Ohrstöpseln müsste es gehen. Viel Glück. Alles klar, du darfst mich vollquatschen. Mürbe, Kekse, Mürbe... Natürlich. So, okay, wir haben dieses unterhält. Können wir da eher abgelenkt, das hinten hoch. Und zum Empfang. Römerlin empfangen, ja. Rezepte und so weiter. Das was wir nehmen mit. Zutaten. Schatulle. Können wir uns Schlüssel packen. Die nehme ich erst, wenn Teig drin ist. Spielen kaputt machen. Den nehme ich nicht mit. Ich kann es nicht mal kaputt machen, ja. Das war doch jetzt geraten, oder? Ach Mensch. Das mitnehmen. Die Rebe. Zutaten. Ich fürchte, die sind alle, alle. Ach du Schreck. Wir sollen mal Kekse machen. Ich fürchte, die sind alle, alle. Kochkäfer. Kochkäfer. Davon gab es ganz viele in Conroys Küchen. Conroy meinte, ich darf mir einen als Haustier halten. Aber ich habe mich ständig dran verbrannt. Man muss etwas Bestimmtes zu ihnen sagen, damit sie so heiß werden. Vielleicht gibt es ein Wort, das sie aktiviert. Ich versuche mal. Passwort 1. Das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Schön. Ihr sollt brennen. So wird das nichts. Hey, ihr lieben Kochkäfer. Würdet ihr vielleicht, ich meine, wenn es keine Umstände macht, könntet ihr bitte heiß werden? Das klingt nach einem Nein. War das ein Ja? Ähm, ich glaube, das bringt nicht viel. Tja, wenn wir den Kochkäfern reden, keine gute Idee. Was soll ich denn backen? Tja, Tja. Tja, Tja. Das ist doch das Rezept dazu. Rezept für Weichkekse. Eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Liter Nitarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Okay, wir kriegen das Mehl ins Schokosplitter her. Die Platten sind wirklich alle. Ich fürchte, die sind alle, alle. Die nehme ich erst, wenn... Tja. Draußen von der Pforte noch irgendwas. Das wäre ja lustig. Das würde ich gerne sehen. Das können wir vielleicht irgendwie... mit der Reibe... Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ein bisschen überrasste Mehl. Das war doch jetzt geraten, oder? Hier natürlich ein bisschen Schofelinemähl. Sag nicht. Na sicher. Danke fürs Bauchkratzen, Baby. Ich schätze, diese Reibe... Was hat das jetzt? Dampf in der Reibe. Ähm... Okay, wir brauchen noch Mehl und... brauchen noch Schoko. Schokotropfen. Hier sind Kekse. Können wir nicht mitnehmen. Hm, okay. Im Innenhof noch was. Ja, vielleicht... Dampf in der Reibe mit den Asposern. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rum zu allwaffen. Schokostücke. Schild. Schokostücke. Schild. Ist das Schild schön geworden? Eindrucksvoll. Prost. Prost. Oh nein. Iiii. Jetzt waren wir nur noch Mehl. Wo kriegen wir Mehl? Ja. Wegen der Kapelle. Von den Bedroffen-Bohlinien-Trümmern. Okay, nee. Das ist ja... Da ist nichts zu finden. Nee, absolut nicht. Und spielen können wir auch nicht. Hm. Können wir vielleicht die Sachen schon mal reinmixen? Vielleicht reicht das schon. Wo sollen wir sonst Mehl herbekommen? Wir haben jetzt Rostflocken. Abbildschüsse damit. Eine Zutat fehlt, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Hier aber bestimmt auch ohnehin. Und Mehl. Hat das Phosphorus vielleicht ein bisschen Mehl von mir? Hm. Von mir natürlich. Ich kann doch nicht backen, wenn ich nicht alle Zutaten dafür habe. Nee, 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 nee. Wo sollen wir jetzt etwas Mehl ähnliches herkriegen? Hm. Hm. Tja, also. Ich muss erst mal mit ihm hier wieder herkommen. Und vorher machen wir, machen müssen wir dann auch noch. Ich lass mal nicht irgendwie, äh... Mein Ohr juckt. Danke, Laura. Es sollte reichen. Was ist los? Vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr uninteressant. Okay, wir haben Pilze. Können wir die Pilze irgendwie zum Meer verwandeln? Können wir hier vielleicht... Ach, wir müssen einfach nur gehen in den Innenhof. Kommt damit. Ah, ihr wollt zurück? Folgen Sie mir. Ja, wir wollen zurück. Hm. Okay, reden wir nochmal. Äh. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ah. Mir kam gerade einen Geistesblitz. Wir können ja mit ihm hier über das Lied reden. Kannst du dieses Lied nochmal singen? Na klar doch. Er singt das Lied. Er sieht sich selbst im Spiegel. Mhm. Und somit die ersten beiden Noten. Mhm. Und scheinbar auch die letzten beiden. Hör auf zu singen. Hör auf zu meckern. Hör auf mich anzuschauen. Wir haben ja vorher am letzten Part. Dass ich dich anschreien würde. Hört bitte auf mit. Was auch immer das ist, was ihr da tut. Er sich hier hat, dass er sich an die ersten beiden Noten erinnert. In der Windkörper an die letzten beiden Noten. Und wieso in den Mittelteil? Bin ich doch da! Vielleicht kannst du mit uns in den Innenhof gehen. Da haben wir jetzt den Spiegel. Da hat er jetzt einen Spiegel. Da hat er sich ja jetzt im Schild. Haben Sie irgendwelche Fragen? Da erinnert er sich vielleicht an den Mittelteil. Das wäre ein Ding gebaut. Können Sie uns in den Innenhof mal zeigen? Haben Sie denn einen Gästeausweis? Was? Du hast uns diese blöden Ausweise doch eben selbst. Ja, haben wir. Dann gerne. Bitte folgen Sie mir. Was machst du denn hier? Und wer passt jetzt auf den Fall auf? Ja. Es gibt den Dialog. So. Inruf. Tor. Das Lied wollen wir. Fällt dir jetzt der Rest von dem Lied ein? Ja, ich glaube ich hab's. Sehr schön. Okay. Aufhören. Ach. Da werden alte... Das ist das Mehl. Da ist das Mehl hier. Und wir müssen das Lied mit uns merken. Müssen wir nochmal reinlocken. Und wir müssen uns selbst noch mal spielen. Steinstaub. Das können wir als Mehl benutzen. Zum Anfang. Ihr wollt zurück? Folgen Sie mir! Ja. Ne, aber müssen wir ihn jetzt mal ablenken. Ich muss ihn ablenken. Lassen. Dann können wir kochen. Packen. Verdammt. So. Ähm. Kannst du uns den Innenhof zeigen? Äh. Haben Sie... Innenhof. Können Sie uns... Haben? Was? Ja. Hab dann. Haben? Ja. Haben. Ja. Okay. Äh. So. Du brauchst die Pilze. Lenk ihn ab. Und dann können wir... Kannst du ihn nochmal ablenken? Naja. Mit den Ausstöpseln müsste es gehen. Viel Glück. Alles klar. Du darfst mich vollquatschen. Kekse! Äh. Ab zum Empfang. Dann machen wir Kekse. Was auch immer uns das jetzt bringen soll. Mal dazu Daten. Zumindest. Mit das Feuern kriegen ist dann eine andere Sache. Kuppel drehen. Fertig ist der Teig. Okay. Wir haben einen Teig. Ich weiß nicht was ich damit tun soll. Was soll ich denn backen? Teig. Eine Schüssel. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Was zum... Okay. Was machen wir nun? Wir können warte eine Sekunde. Wir können es doch bestimmt jetzt hier. Schatulle. Und Keksschlüssel. Na sicher. Muss ja nicht aus Gold sein. Der Schlüssel. Ab den Ofen damit. Jetzt müssen wir den nur noch. Heiß kriegen. Ofen ist beladen. Kochkäfer. Davon gab es ganz viele in Conroys Küchen. Conroy meinte ich darf mir einen als Haustier halten. Aber ich habe mich ständig dran verbrannt. Man muss etwas bestimmtes zu ihnen sagen. Damit sie so heiß werden. Okay. Vielleicht gibt es ein Wort, das sie aktiviert. Ich versuche es mal. Passwort 1. Erwachet? Avada. Ihr sollt brennen. So wird das nichts. Aha. Da. Können wir hier noch irgendwas. Oh. Poster. Poster über dem Ofen. Das können wir. Da stand die ganze Zeit eine Anleitung drauf. Poster. Damit kann man nichts machen. Wie bringt man Kochkäfer zum Glühen? Als ob. Man beleidigt sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Anfängern wird geraten, härtere Schimpfwörter zu vermeiden. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Das hängt die ganze Zeit über dem Ofen. Ich habe nicht dran gedacht, da mal nachzuschauen. Kochkäfer. Davon gab es ganz viel Conroy meinte. Ja, ja, ja. Beleidigen. Wie soll ich denn Käfer beleidigen? Moment. Da ging Käfer. Mistkäfer. Du unwürdiger Wurm. Du bist eine Schande für alle Novizen. Das ist der Grund, aus dem dich deine Eltern bei mir abgegeben haben. Das ist der Grund, aus dem dich niemand liebt und jemals lieben wird. Ach, Schande. Der Schlüssel sollte fertig sein. Wie bekomme ich sie jetzt wieder kalt? Ach ja. Komplimente. Hey Käfer. Was ist schwarz und glänzt und ist toll? Richtig. Ihr. Hey. Es hat geklappt. Dabei war das noch eine von Conroys netteren Beleidigungen. Sie ist großartig. Au. Der Ofen ist viel zu heiß. Ähm. Haben wir vielleicht mit der Conroy Puppe. Brenn, Conroy. Sehr schön. Sieht aus wie das Original und riecht nach Zimt. Und du wanderst zurück in meine Tasche. Gebackener Schlüssel. Was machen wir jetzt mit dem... Was... Was... Wir haben... Wir können doch schnell in den Hof. Was zum... Vielleicht können wir den benutzen. Vielleicht können wir den rauslaufen. Und... Und dann dort einfach rein. So Laura, du musst nicht mehr. Es ist ab an... Danke Laura. Das sollte reichen. Dann mit dir zum... Empfang. Dann können wir mit den Keksschlüssel hindurch. Ihr wollt zurück? Folgen Sie mir. Haben jetzt einen Abdruck gemacht. So. Alleine in den Innenhof. Und die Nundanlage in die... Kapelle. Oh, das klappt ja tatsächlich. Sehr schön. Nass die Ruine. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Hinein gehen. Diese Ruine sieht imposat. Wie schön muss es hier früher ge... Zur Windkapelle. Sehr schön. Jetzt müssen wir uns nur ans Lied ändern. Na toll. Ähm. Ringe. Damit kann man nichts machen. Nimmst du was hier... Ne. Ach so, das sind verschiedene Töne. Ach toll. Ne. Ne. Ich glaube, das bringt nichts. Wir müssen uns erstmal noch... Die gibt uns ja die Noten nicht mit. Das ist ja klar. Ich frage die nochmal, wie die Noten sind. Äh. Haben sie... Irgendwelche Fragen? Spiel mir nochmal das Lied. Spiel das Lied vom Tod. Kannst du dieses Lied nochmal singen? Na klar doch. Interessant. Aber wie spielen wir das? Das Lied darf nicht mehr gesungen werden. Das Lied darf nicht mehr gesungen werden. Das Lied darf nicht mehr gesungen werden. Weltsammer hier. Alle hier können auch wir smilechen. Euch ist so ja,